Ich bin Charlotte Wulff, ich bin 16 Jahre alt und ich komme gerne ins mehr Generationenhaus, weil ich hier junge und alte Menschen treffe. Ich mache das gerne, weil die älteren Menschen halt auch viele andere Erfahrungen haben aus dem früheren Leben, das heute gar nicht mehr so präsent ist und das finde ich spannend zu hören. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7,3. 1000 Euro fallen auf die 6569, 10.000 Euro auf die 78605, 100.000 Euro auf die 100465 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 8173791. Übrigens ein Los der Fernsehl-Lotterie ist auch eine tolle Geschenkeidee zum Muttertag. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.